da ist auch schafft wo ist er gelungen er hat er geöffnet in der mannung mein mann hofft verpackt dass er die tür aufgemacht hat nicht möglich losgehen Gogo weil ich hatte die amal langsamer Aber diese Challenge hier ist eigentlich recht witzig. Die ist ziemlich einfach und lustig. Da kommt man sich gar nicht so kacke vor, wenn man mal runterfällt. Was meinst du aber? Du bist nämlich letzter. Eigentlich gibt es hier einen ganz einfachen Trick. Einfach geradeaus sprinten, springen und dabei dann einfach A oder D drücken dann. Ich bin nicht gesprintet. Bei manchen Sprungen muss man einfach sprinten. Zum Beispiel bei diesem This is hard. Ja, da schon, aber sonst nicht. Dieser This is hard, Sprung, der ist irgendwie nicht so hart, wie der dargestellt hat. Bist du bei dem Sprung hier nicht gesprintet? Bei welchem? Bei dem. Nee. Bei welchem? Oh, Baggi! Bei dem This is hard. Bei dem. Hier? Macht man Tag. Nein. Achso, ähm. Man muss nicht mehr da. Da muss man. Doch, da bin ich gesprittet. Da bin ich hier drauf und hier bin ich nicht gesprittet. Und hier bin ich auch nicht gesprittet. Und hier bin ich... Boah, Pasi, geh mal weg. Pasi, warte, warte. Pasi, du bist ein Störfaktor. Ich mach eben Teilzeit 0, meine Fresse. Boah, los, Redel. Jetzt ist alles einfach. Wenn du das verkackst, bist du so scheiße, oder? Ja, endlich. Ähm. Ich hab keine Ahnung. Ui, äh, ja. Oh, Gott. Oh, Mist. Fail. Fail. Wo muss man hinspringen? Wo muss man hin? Ah, ich schicke. Ihr müsst da hinten auf den Diamantik springen, da. Oh. Nein, das geht nicht. Doch. Warte, did you fail to go wide then wide again to get back? Ja, wo geht das lang? Warte, hier ist Fragezeichen. Hier sind vielleicht Secrets. Ja, Diamantz. Was denn? Ja, wie viel hast du? Zwei. Drei. Cool. Geht's lang? Ja, ich... Also, wir müssen jetzt wahrscheinlich wieder zurück zum... Sprung da. Sind die Boote... Hä? Gib mal. Hä? Hier sind Boote drin. Warte mal. Hier, oder? Hier, hier, oder? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Puh. Äh. Sag jetzt, wie wir an den Checkpad... Den Checkpad... Nein, das ist dann ne andere Level, weil wir an den Checkpad geöffnet. Also, wir... Also, wir mussten hier drauf springen, ne? Oh, hier ist der Kuchen. Ich glaube, wir müssen hier irgendwo zum Checkpad. Äh. Ja, das sieht ziemlich gut aus. Oh, hier ist noch eine Kiste. Ach, hier sind die Boote und da hast du eine Hut hätte. Ah, hier, oder? Hier. Ja, ja, hier, hier. Ja. Sauber. Aber wie soll man da rüberkommen? Boah. Hä, das ist doch unmöglich. Hä, ich check jetzt. Ist das überhaupt... Ne, komisch. Vielleicht muss man die Falltöne zulassen. Okay. Dann ist man noch ein bisschen höher und... Keine Ahnung. Ah, ja, wenn man noch ein bisschen höher ist, dann... Ah, wozu das Eis? Keine Ahnung. Um schneller zu werden. Oh, ich weiß. Ne. Ich hab's was geschafft. Was hast du? Ich weiß wie. Wie? Ich weiß wie. Warte, ich muss erst gucken, ob das auch klappt. Ja. Erstmal schaffen und dann sagen, ne? Mach ich auch immer so, also... Nein. Asozialer Penner. Ach, boah, ist das knapp gewesen. Oh Gott, ich bin nicht gesprungen. Ich springe da nicht, ey. Okay, hier steht auch, äh... Hier steht auch drüber, don't click any trap doors. Oh. Oh. Hä? Ich check's nicht. Boah, ey. Ach, Mann. Ich springe da nie. Ich muss... Ey, total sinnlose Scheiße ist das, ne? Ja, aber es ist schwer, ne? Vielleicht muss man... Warte, vielleicht muss man die ersten... Die ersten nicht machen. Und dann die, äh, die letzten Beine oder so. Was weiß ich. Ne. Nein, das geht gar nicht. Ui! Okay. Das geht ja mal gar nicht. Das geht gar nicht. Ich bin weitergekommen als gerade. Ja, das ist... Das geht gar nicht. Da kriegst du, äh, da kriegst du aber trotzdem ein bisschen, äh, ähm, Schwung weg, weil das eine Treppe nach oben ist, da so halbwegs. Ja, ich krieg's ja ab. Ach, Gott. Oh, Mann, ich springe da nie. Boah. Ich weiß, wofür die Boote sind. Am Ende kriegt man immer so einen Schub, ne? Ja, weil da, weil da Wasser, äh, weil da Eis ist. Ja, es ist ja überall. Ah! Nein, an den ersten, an den, an den ersten beiden ist noch kein Schub, äh, kein Eis. Das ist total scheiße, dass du das... Das ist echt kacke. So simpel und wickling sich hin. Ja, wahrscheinlich ist... Nein! Wahrscheinlich ist es nicht so simpel. Wahrscheinlich ist es doch simpel, als wir uns ums machen. Boah. Boah, ich nehme jetzt ein Boot mit und fahrgleich zurück. Ey, da, 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 da trägt mich voll auf. Ey, das geht doch nicht. Ich check es jetzt einfach nicht. Das geht irgendwie nicht. Boah, quasi voll sinnlos, dass du jetzt ein Boot genommen hast. Äh, nein. Doch, bist viel langsamer, als ich. Äh, du bist viel eher losgefahren und war, ich war die ganze Zeit, und ich war fast... Ich hab dich auch eingeholt, fast. Wer hat das Eis da wieder aufgemacht? Och Gott, das hat mich jetzt... Ja, das hat dich jetzt abgelenkt, ne? Nein. 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 Das hat mich jetzt voll scheiße verwirrt, dass ich nicht gesprungen bin, also... Ich weiß nicht, warum ich nicht gesprungen bin. Wieso macht das keiner zu? Ich weiß nicht. Ey, wir... die Pause, wir wollen einfach nur noch diesen Scheiß hier schaffen. Ja... Warte, vielleicht... Vielleicht muss man den letzten aufmachen. Könnte funktionieren. Nein. Nein, funktioniert auch nicht. Boah. Das ist echt... Das ist echt nicht... Danke. Das war jetzt passiert, das war jetzt nicht. Nein, das war auszusehen, weil ich mein Boot kaputt machen wollte. Ach, klar. Gut, hier, bitte. Mach mal die letzten beiden vielleicht. Was, richtig unglaublich. Das ist richtig unglaublich. Ey. Hä? Das ist ziemlich nervig. Und das ist dann noch nicht mal so eine spannende Challenge, ne? Das ist ein simpler Sprung. Ja, aber... Ein schwerer simpler Sprung. Oh Gott. Oh mein Gott, ey. Oh, ich wünsche, ich würde das jetzt schaffen. Das wüsste ich mir auch, aber ich glaube nicht, dass das jetzt so hat. So schnell passieren wird. Ja. Ja. Also, lass mal, lass mal, lass mal, lass mal. So, lass mal. Ja. Oh Gott, ich habe einen Sprung. Da hat man jetzt einen richtig Schub gekriegt. Hat einer vor sich gestern Family Guy gesehen? Nee, aber... Ab welchem Programm? Aber ich kenne jede Folge. Comedy Central, oh. Oh Gott, hä? So bin ich nicht stehen geblieben. Oh. Welche Folge war das denn? Nee, welche Folge war das denn? Da, wo Peter, äh, halbseitig gelähmt ist. Ach so. Das verspringe ich denn am Ende nicht. Hä? Hä? Boah! Das ist unglaublich. Schade, dass man sich hier nicht porten kann, dass man dann sofort wieder hier oben ist, ey. Ja, passiv dieser Weg. Vielleicht muss man so und so und so und so und so. Was weiß ich, irgendwie. Ja. Ja. Warte, nein, nein, so. So? Okay. Oh ja, mal voll scheiße. Ja, man muss doch probiert, das Herz hat. Boah, ey, ich werde sowas von happy sein, wenn ich das geschafft habe, ey. Falls man das schafft. Boah, das war schon besser. Ey, können wir hier nicht so einen Dreckweg hinbauen? Nein, können wir nicht. Dass wir nicht immer durchs Wasser schwimmen müssen. Nein, das ist es gegen die Regel. Ey, ich rede. Boah, das war knapp, ey. Ich weiß, es wird immer knapper. Das ist mir mal auch schon. Aber. Pasi, das mit den Booten, das ist so unnütz, ne? Nein, ich wollte das einfach nur aus meinem Event haben. Okay. Mann, ich werde da mal langsam. Komm schon. Später am Ende kommt es drauf an, Pasi, da wirst du wieder schnell. Nein, wenn ich da herlaufe, dann stirbt meiner. Boah, das ist doch jetzt eine öde Challenge, ja. Die ist richtig kacke und die dauert so lang. Ja, wegen dem Rückweg hauptsächlich. Ja. Ne, Pasi, das Später nicht mehr. Da steht ja auch, äh, don't click any trapters. Was heißt, äh, und das heißt? Ne, das bringt ja mal gar nichts, was du da gemacht hast, passen Sie, heißt das hier irgendwie, dass man nicht alle machen soll. Dann soll man ja erst, du sollst nicht eine machen. Any Tractor. Don't click any. Das heißt doch nicht. Aber, any heißt ja nicht eine. Ja, du sollst, du sollst keine eröffnen, heißt das. Run into the tube while jumping is, note, none of the elements introduction to you in this division. Wenn wir keine eröffnen sollen. Naja, das geht gar nicht. Okay. Da bremst man. Bleibt man komplett stehen. Ich dachte, wir sollten keine eröffnen. Ja. Ja, hat's René gesagt, aber... Ja, was heißt Annie, René? Ja. Ja, nicht eine oder keine von denen. Annie. Ja, ja. So muss man das schaffen. Das hat irgendwie eine Wirkung, die Treptor mit dem... Aber es ist keine Ahnung. Danke. Das funktioniert, ey, ich... Egal, wie weit man da abspringt. Können wir die nicht überspringen? Nein. Hä? Florian hat bestimmt gleich so einen Lack und Schaft. Wieso ich? Weil du immer so einen Lack hast. Hat man ja gerade bei der ersten Challenge gesehen, wie wir es gerade als erstes gemacht haben. Ja. Aber solchen... Boah, ich check das jetzt. Ach, was war das denn? Meno! War zu kurz. Kann ich hier mal gucken, wie Peacewied das gemacht hat? Da bin ich wieder. Hallo, René. Hallo, ja. Ich gucke. Ich gucke. Koba wie Peacewied das Gericht Gucke. Aber ich glaube nicht mehr. Ich bin aus dem Ausdruck. Wir versuchen mal weiter unser Glück. Ich bin unglaublich. Das ist scheiße unglaublich. Schütze, ich glaube, die hat direkt beim ersten, ich glaube, die hatten das direkt beim ersten Mal geschafft oder so. Das ist das vielleicht, das ist hier vielleicht geheimnis. Das ist das. Ey. Das ist doch... Flo, da waren wir schon. Oh. Vielleicht soll man diese Melodie spielen, wenn man ein Keyboard hat. Hä? Hä? Hat jemand ein Keyboard von euch? Nein. Okay. Ich habe auch ein ganzes Orchester in meiner Tasche. Wer hat mir in der Tasche gesagt? Ja, wo hebst du es denn sonst auf? Zu Hause? Los gefragt, hat jemand ein Keyboard dabei? Ich habe gesagt, hat jemand ein Keyboard? Ja. Und ihr seid ja gerade zu Hause, also... Schätze ich jetzt mal. Wie heißt denn die Map nochmal? HJC. Toll, dass das doch weiß. Ist so. Spielt sie jetzt gerade nicht irgendwie. Ich muss mal...